Fuck. Tolle Familie. Schalte ihn an, dann siehst du meine Kräfte. Das ist Mysteriens Geheimtunnel. Was für eine Gedanken gegen den sind wir eigentlich? Oh, Penner. Oh oh, die Typen versperren uns den Weg. Wir müssen irgendwie an ihnen vorbei. Was wollt ihr? Sodos? Diese Kiste ist unser Geheimtunnel und wir durchbohren, sollte sich irgendwie nach Werkzeug anhören. Sie haben wohl ziemlich weit hergeholt. Es gibt nicht unendlich viele Werkzeugssprüche, okay? Wir nehmen die Typen in die Zange. Ich baste später was. 260 sind hier nur zwei Schweine gehabt. Naja, kommt bis ran. Ach, da ist ja noch einer. Ach, super. Wir lassen uns nicht wegentrifizieren. Hätte ich mal ruhige Schütze gebaut. Wir kommen zu. Zeit die Immobilienpreise zu senken. Feuer und langzeitige Feuerlinien. Schraubenzieher. Heil und erfrische deine Verbündeten. Ist auch nicht schlecht. Todesschrauber. Packenrohr. Das ist meine Doppelschraube. Sie bot in beide Richtungen. Willkommen in meiner Welt, Hausbesitzer. Okay, du bist dran. Oh, massig Blutung drauf. Nicht so gut. Trotzdem erstmal die Schütze bauen zum Schutz. Bier 4 Dollar plus Crack. Auch nicht schlecht. 20 Lebenspunkte ist okay. Kann ich verkraften. Ja. Ja, machen wir sie platt. Ich rieche eure Angst. Oder einfach nur mich. Oh. So gehen wir hier nun mal mit Gentrifizierern um. Die machen wir platt. Das ist meine Blut ist nicht so gut. Ich werde echt schräge Sachen mit deiner Leiche anstellen. Ich würde es gar nicht wissen. Ich werde auf deine Leiche pissen, damit sie riecht wie ich. Du haust dir echt voll auf die Kacke. Trotzdem sollte ich mal ans Heilen denken. Ganz schnell. Habt ihr Kleingeld für meine Arztrechnung? Das sind unsere gentrifizierten Ruinen. Feind erledigt. Rann an den Speck. 78 Lebenspunkte. Der ist gut. Der ist besser als von Butters. Äh von Kai. Ne Stan. Ne Kai. Genau Kai. Wo noch? Du bist dran Neuer. Geiler Schlag. Ich weiß auch nicht wie viele Schütze hier darf ich denn eigentlich bauen. Geiler Schlag. Wir nehmen die Anleitung. Die. Die gehören meinem Dad. Ich brauche sie also zurück. Okay. Regitäts Anzug. Scheiße, noch Wehrstrom! Los, Wunderarsch! Wunderarsch, gib ihnen Sauberts. Wer hat hier den Abriss bestellt? Kreuzschlitter! Ein klassischer Fein für den Kreuzschlitz. Ultimate, da bin ich mal gespannt. Den Zug überspringen wir. So, der ist raus. Mach's mal rein. Ah, Scheiße! Bereit, die fette Ausrüstung auszupacken. Gesichtsvernichtung mit Bohrern. Na dann, Feuer frei. Könnte recht blutig sein. So, was macht man eigentlich nicht mit Bohrern, aber du wolltest es so. Na, hast du Angst? Ich steh unter Strom! Los geht's, Neuer! Mit ihr schützt, geht alles. Wir sind Iron Man. Mehr oder weniger. Passt! Sauber zerlegt! Mach das so! Penner besiegt. Geht doch. Easy. Verstands, Fion. 60, naja. Ich brauche mehr Artefakte, viel, viel mehr. So, da kann man mal nachgucken, bei den Kräften. 60, vier Lebenspunkte mehr. 44 Rückstoß-Kombo geht aber weg. Bringt mir nicht viel. Hier fliegt man nichts. Kriegen aber zumindest 8 Lebenspunkte obendrauf. Dann her damit. Weitere 7 Lebenspunkte. Plus 6 kritische Treffer. Das ist gekauft. Das würde ich gerne mal austauschen, aber geht hier immer ein Halt. Da unten vergessen. Meine DNA. Davon habe ich jetzt ein paar neue. 40 Rückstoß-Schützturm. Lebenspunkte gehen runter. Ne, alles schlechter. Weil Lebenspunkte gehen immer weiter runter. Und das bringt mir nichts. Das ist Käse. Ich brauche die Hitpoints. Schon ist der Geig. Klar, Gott dann. Was zum Geier. Sie sind hier. Ja, Kuhn-Freunde sammeln. Sie an der verräterische Arsch-Ficker ist auch da. Hey, wow. Nee, nee. Ich habe gesagt, ich helfe dem Wunder-Arsch. Nicht euch. Tja, der Neue ist ein Kuhn-Freund und Kuhn-Freunde halten zusammen, du Arsch. Kommt, wir müssen dir bei diesem Zahn. Ja, Toolshed. Genau das will Wunder-Arsch. Na gut. Wenn es einen Generator in der Nähe gibt, kann ich mit dem Sandblaster fast jedes Hindernis bewältigen. Wow, das ist fantastisch. Geschafft. Coolen Friends, vorwärts. Nur noch eins vorweg, Toolshed. Ich traue dir nicht. Eine falsche Bewegung und ich mache dich platt. Ich bin nicht wegen dir hier, fette Arsch. Danach sind wir wieder Todfeinde. Okay, Klessy hat gesagt, dass die Katzen hierher gebracht werden. Alle Mann ausfärmen. Hierher, Mietz, Mietz, Mietz. Hierher, Mietz, Mietz, miau, miau. Neues Gebietzimmer erkunden, sehr schön. Hierher, Mietz, Mietz. Alle susete Katze. Mietz, Mietz, Mietz. Ein Schlüssel da oben, nehmen wir mit. Ich brauche Artefakte. Legendäre Artefakte. Oh, das ist das gute Zeug. Ich kann nichts sehen. Ich brauche einen Boost. Ich dachte, als Drachen könnte man fliegen. Nein, nicht immer. Und ich dachte, als Drachen wäre man leichter. Das ist ein Drachen-Klischee. Was gefunden? Chaos. Was zur... Hallo, Coon-Friends. Coon and Friends. Hier rein spaziert. Ich habe unvorstellbar viel Alufolie und Lakaien gekauft. Ich habe 20.000 Dollar bekommen, um Schnüffler hier fahren zu halten. Was? 20.000, um Leute vom Rumschnüffeln abzuhalten. Das schaffe ich aber schon mit ein paar Hundert. Wisst ihr, was ich mit dem restlichen Batzen mache? Die in Paris den Schwanz verlegen lassen und Französinnen kicken? Super, Craig. Falsch! Ich vernichte diese Stadt und beweise, dass ich der Superschurke bin. Nicht dieses Oberwurst-Arschgesicht. Lebt wohl, Coon-Friends. Okay, da geht es nicht rein. Oh, eine riesige Spinne. Wer gibt ein Kind 20.000 Dollar? Ihr werdet meine uneinnehmbare Festung niemals überwinden. Diabetes? Ja, gar nicht. Ich kann eben hier alles drücksetzen. Bäm. Ach, shit. Nicht mitbekommen. Ich sehe euch. Dachtet ihr wirklich, ich hätte keinen Plan B? Bist ihr euch klar, wie viel er Lakaim mal mit 20.000 Dollar kaufen kann? Watters, geh nach Hause. Wir suchen nur eine verschwindende Katze. Das könnte euch so passen, Coon-Friends. Watters, wenn dir jemand Geld gegeben hat, steht das rechtmäßig unserem Franchise zu. Uns allen. Oh nein, weißt du? Mehr Geld heißt... Mehr Lakaim. Mal sehen, was ihr dazu sagt. K-17, K-20. Okay, das sind wirklich viele. K-17, K-20. So, den ersetzen wir. Dung des Diabetes. Weil Tujet ist ganz cool. Ich kann ein bisschen bauen. Tujet kann auch rein. K-17, K-20. Käpt'n Diabetes ist einfach nur genial. Okay, erst mal bluten. Das tut weh. Kann ich nicht beide erwischen? Ne, immer nur einen. Das ist auch blöd. Na, jetzt fehlt mir hier das Feld. Das ist blöd. So, auf der Bahn schon mal Schutz. Das ist gut. Ne, so nicht. Darf nicht sterben. Scheiße. Scheiße. Er ist blockiert. Blockiert ist doch scheiße. Noch nicht ganz. Okay, geschützt ist useless. Kuhn schützen irgendwie. Ich brauche den. Jetzt, meine Lieben. Entropie. Es ist Zeit für 10 Hohmann. Ihr verliert ja. Starbt törichter Sterbliche. An mir geht wieder kein Haus. Okay, cooles Fang. Sehr schön. Alles hat Pluto. Fantastisch. Damit ist nur noch eine Zeitfrage, bis sie sterben. Als Seiten, es kommt ein Neuer. Dann wäre das blöd. Gleich mal davon ausgeht, dass Neue kommen. Dann. Zwei Down. Jetzt Blutschmitten, das wär's. Los, Lakaim. Das ist das Ende meiner Freunde. Gegen Chaos bist du wachtlos. So viel Blut habe ich? So, Ender Down. Bäm. Das tut gut. Überall Blut. Wir Lakaim sind Badass. Steh auf, sonst fliegst du aus meinem Superschuppenteam. Kettendiabetes fürchtet nichts. Unordnung obsiegt. Unordnung obsiegt. Professor Chaos ist noch nicht mit euch fertig. Das ist der erste Anfang meines Plans zur Vernichtung der Galaxie. Das war's dann wohl. Ha 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 ha. Von wegen Kuhn. Oh scheiße, was jetzt? Dank meines Geldgebers konnte ich noch mehr Lakaim anheuern. Die alle für den Mimislohn oder weniger arbeiten. Fuck. Vomonos, vermichtet die Kuhn-Friends. Kuhn and Friends. Wir müssen ihm mal unseren Teamnamen einprügeln. Jetzt ist Kuhn-Time. Geh auf Minions. Agachense. Okay, für den Mindestlohn oder weniger. Toll. Zweimal down. Schauen wir, ob er es macht. Starker Nahkampfer. Super. 360 Lebenspunkte da. 180 Fernkämpfer. Den müssen wir gleich an den schnellen Teammitglied an. Toll. Auch Nahkampfer. Toll. Toll, toll, toll. Ich brauche das Schild. Ja. Ja, dafür zahle ich euch denn das ganze Geld. Überspringen. Boah, trotz Schild. So, Schurz in diese Richtung aufbauen. Mach's doch nicht kaputt. Ah, er macht's kaputt. Ja, mit dem Schild. Immer das Schild. Das sind trotzdem zwei Angriffe, die ich jetzt kassiere. Ja, ich hab nicht mal was gespürt. Okay, und jetzt? Mist, dann kommt er ran. Das ist blöd. Nein, 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 nein. Ach, scheiße. Okay, ultimative Power, das gut. Jetzt nicht sterben. Ach, scheiße, tot. Nein, na, fuck. Wollte ich nicht. Wollte jetzt Kumpen wiederbeleben. Für die Ultimate. Bringt mich, muss ich mich erst mal selbst heilen. Oh, warte mal. Kuhn wäre da am nächsten Zug dran. Ich bin ja da oben noch im halben Zug safe. Ne, doch nicht. Ja, komm dran, da oben. Der macht mich jetzt platt? Ah, scheiße. Kriegen zwar alle Bluten, das ist toll, aber kommt alles zu spät. Bringt mir nichts. Das ist Mist. Kutsch nicht auf deinen Eingeweiden aus. Wäre schade, wenn du hinfällst und dir wehtust. Oh, ne Pause-Fektion. Darf ich hier ein paar Mal draufhauen. Komm, noch zwei, drei Schläge. Komm. Reicht nicht. Wenn der jetzt umfallen würde, das wäre nice. Macht aber nicht. Das ist blöd. Blöd. Meine Klauen zerfetzen deine Lakaien. Der kommt ran. Er kommt ran. Blöd. Bringt nicht viel. Moses haben auch nicht. Sonst nehmen wir das mal um drauf. Der Kuhn ist zurück. Ich überlebe gerade so. Mit der Chaos-Kräfte kann ich ihre Gerede nicht verstehen. Ich brauche Hilfe. Aber es war mein Turn. Bin ich eigentlich der Einzige, der sich hier den Arsch aufreißt? Hier bin ich jetzt eine Runde safe. Ich habe so einen Gesundheitsstandard. Ich brauche mehr Alteams. Viel, viel mehr. So, der ist noch eine nächste Runde down. Das ist schon mal gut. So, alle haben noch eine Runde Bluten. Der fällt draußen noch eine nächste Runde. Äh, der kann dann auch sterben. Das ist gut. Anderen will ich nicht angreifen. Komm mal ran. Das ist Mist. 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 Ich kassiere so oder so einen Angriff. Das ist Mist. Okay, der Typ ist down. Der daneben kann sich auch noch bewegen und das ist schlecht. Weil das ist das Knockout. Ja. Scheiße. Ach so, nicht. Nochmal. Dreck. Ich seh euch. Okay. Jetzt, meine Lieben. In der ersten Runde darf keiner sterben. Ähm. Erstmal da hin. Das tut schon mal weh. Ja. Warum's denn? Und ich hab jetzt auch keinen, der blocken kann. Stopp, törichte, Sterbliche. Aber die können ja auch so schießen. Das ist doch auch. Heißt du, hast noch kein. Du bist Schwachkeit, aber deine Farben sind cool. Das hab ich gebraucht. Auf die Kuhn, Freunde Lakaien. Kuhn and Friends, verdammt Butters. Es ist Zeit für Zerstörung. Das hat man von zweitlassigen Lakaien. Ich bin grad nicht gefragt. Das ist das Problem. Hier will ich den Hund nicht reinlassen. Lakaien, das ist das Ende meiner Feinde. Ich hoffe, das hat Wehkuhn. Komm runter und stell dich, du Pussy. Los, Lakaien, das könnt ihr besser. Komm schon immer drauf da.